Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der zweiten Episode von News mit Snooze am Freitag mit den neuesten Pokémon News. Nach dem Intro geht's los! Abbaasch! News mit Snooze, jeden Freitag wisst ihr Bescheid. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaut habt auf jeden Fall. Wie gesagt, jede Woche, jeden Freitag die neuesten Pokémon News. Hier bei den Bären starten wir direkt mit der ersten News. Und zwar bekommen wir, haben wir diese Woche, das erste, eins der ersten Artworks. Garados und Karpador wurde enthüllt aus Triple Beat, dem neuen japanischen Set, welches im März, am 10. März in Japan erscheinen wird. Das Garados hat ein Holo abbekommen, finde ich schon sehr schick und Karpador auch ein cooles Artwork hier, wo es aus dem Teich springt mit Blatscher. Sieht schon sehr süß aus, der gute alte Karpador. Und ja, es wird davon ausgegangen, dass die Karten zum Teil wieder bei uns dann im Juni-Set erscheinen werden. Es ist ja immer bei den japanischen Sets so, dass es aufgesplittet ist. Weiß man aber auch noch nicht mehr. Bin aber da echt auf die SA-Karten gespannt, was da noch so kommen wird. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch heiß auf die neuen SA-Karten seid. Weiter geht's mit einer frischen, backfrischen News. Wir bekommen ein neues League-Battle-Deck mit der Urform von Palkia. Und zwar als eine Wii und die Vista-Karte. Das Ganze erscheint am 5. Mai und so roundabout bei 35 Euro. Das Ursprüngliche ist immer drin ein direkten, spielbares und volles 60-Karten-Deck. Die zwei Karten sind dabei in der Deckbox, zwei Münzmarker und ihr wisst, was alles drin ist. Ihr könnt es euch auch gerne nochmal durchlesen. Ist ja eigentlich immer dasselbe wie beim letzten Mew-Deck auch. Und die zwei Schimmelreiter waren, glaube ich, vorher dran. Genau. Also da ist immer das ziemlich Gleiche drin. Wenn ihr auf Palkia steht, ist es, glaube ich, ganz cool. Ich weiß, viele von euch haben sich sicher Achaos oder Geratina gewünscht. Aber, ja, die haben immer noch das F unten als Bezeichnung. Von daher denke ich, dass vielleicht noch ein Geratina oder ein Achaos kommen wird. Es sind ja immer ungefähr zwei Decks pro Jahr. Vielleicht ist es auch dann bei der zweiten Hälfte auf jeden Fall dabei. Aber abwarten. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal Palkia dran. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr euch gern ein anderes League-Battle-Deck gewünscht hättet. Oder ob ihr vielleicht sogar mit Palkia zufrieden seid. Weiter geht's mit... Wir bekommen eine neue iX-Box. Und zwar mit Mopex. Das Ganze erscheint im Mai. Und zwar der 5. Mai. Das Ding hat vier Booster drin. Preislich wird die Box circa bei 25 Euro betragen. Ich glaube, es ist eine ganz feine Box. Vier Boostern. Man weiß noch nicht ganz genau, was für eine Auswahl ist. Es wird von Standard-Boostern gesprochen. Also gehe ich mal vom Hauptset von Scarlet & Violet auf jeden Fall aus. Und das Ganze hat eine Oversize-Karte, wie man es kennt. Eine Mopex EX. Und noch eine Vollkarte. Allerdings ist da auch noch nichts dazu bekannt. Und ich glaube, es wird ein ganz nice Produkt jetzt nach der Mimikyu-Box, das ist ja die erste, die wir aus Scarlet & Violet erhalten werden. Aber bleibt abzuwarten. Und dann sind wir auch schon fast durch. Heute wirklich eine kurze, saftige Episode. Hier noch kurz Eigenwerbung für den Bettelbeeren. Denn da ist ja, wie wir schon mal besprochen haben, am 18.03. Merkt es euch alle vor, das Kamersin und Poop-Ur-Pre-Release-Event. Es sind zwei Events am Tag geplant. Einmal um 10 Uhr und das Late-Night-Special ab 18.30 Uhr. Teilnahme kostet 35 Euro. 35 Euro, ihr wisst, ihr bekommt das Pre-Release-Kit plus vier Booster und drei weitere Teilnahme-Booster. Wenn ihr natürlich da noch besser sein werdet, bekommt ihr auch noch extra Booster. Also lohnt sich. Ich werde auf jeden Fall auch da sein. Mein erstes Spiel spielen. Ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Ihr wisst Bescheid, wenn ich was Dickes ziehen werde, geht die Karte auf jeden Fall raus. Oder ich mache mir einfach ein Top-Loader-Deck. Ich glaube, das wäre auch mal eine Idee auf jeden Fall. Ich bin eher der Sammler, aber habe echt ultra Bock, auf mein erstes Spiel zu spielen. Schaue ich mal, wie ich mich so schlagen werde. Aber kommt gerne vorbei. Ihr seid herzlich eingeladen. 35 Euro kostet das ganze Ding. Ihr seht ja, was alles mit dabei ist. Ultra Bock, noch ein bisschen zu schnacken. Und ja, das war es auch schon für die News am 17. mit meiner zweiten Episode. Heute mal ganz alleine, ohne Daniel. Aber ich schlag mich langsam an das Ganze ran. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns wieder nächsten Freitag, wenn es heißt News mit News. Over and out. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.